das ist ein kack vogler unter dem zeug weil die mit der angelrute mal was So, ein Gemüse-Suppe-Rezept, offiziell. Oh Mensch. Ich weiß nicht, was wir so einen Haken haben. Kannst du den Metallhaken machen? Ja. Ich hab die Holze rausgefischt. Ich hab zur Kiste und dachte mir, eh, ich kann bestimmt einen Metallhaken. Null. Null. Das war jetzt überraschend. Null. вол. Ninja. Jack. Das war's. Okay. 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 Drei Stück noch. Das war so, die Mütke nassen. Oh, ungewöhnliches Zeug, da war nicht wirklich was besonderes drauf. Weiter! Kommt! Nein! Ich bin zu weit weg. Ne, Niklas, du willst nicht zufällig noch einen Haken? Das ist ein ordentlicher Haken. Dann kann ich aber nur meine letzten Haken hier verbrauchen. Ich dachte mir von dem einen Bolzen, die ich da rausgefischt habe, habe ich hier auch mal einen neuerlichen Haken. Danke. Oh. Charlie will, dass du ins Bett gehst, Niklas. Schon spät. Ja. 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 So mal Freund. Fällig. Ja ja. Ich kann die ganzen Kisten zahlen und der würde ich können die ganzen Kisten. Na ja, klar. die erste kiste kann schon mal wieder nicht lehrer die andere kiste habe ich keinen platz mehr machen wir dann hier zum ende hin machen wir machen wir machen wir noch mal zwei etage und sogar sehen wenn er eh schöner aus ja die kann ich auch noch ein bisschen küsst auch weg machen als habt müssen irgendwann mal die erste kiste größern aber solange wir es noch nicht mit eisen für alles für das haben falsche klasse macht richtig aber dann kommt das alles kräftig rein ich hab so recht dann so zusammen jetzt wäre auch wieder repariert irgendwie echt kurze nicht wirklich kurze nicht die ganze zeit so einfach weil help me echt das gefühl ist zu koordinaten wo man da hin muss ich finde jetzt machen und hier so mit dem fenster also er ist hier die grünen die fenster machen ich muss sagen wir achten ich habe nicht überhaupt nicht auf inseln ich habe aber ich sehe auch gar keine so einen anblick wir haben jetzt auch wirklich gar nicht so wirklich echt komisch ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 oh Gott, wir stellen den Kratzen neu, reicht dann vorbei. Das ist auch ein Roft, mhm, weiß es, hier kommen wir ja schön ran, hier mal einen Anker, Niklas. Sag dann wann, du kannst es machen. Ah, Ananas, zieh dich mal mit, ne? Warte mal kurz, ich muss auch nicht den Bango Baum abfällen, bitte. Scheiße, wo hier? Nicht die Mango, noch nicht. Ja man, mit ein bisschen jumpen, dann kommst du hier hoch, Niklas, über den Mango Baum. Kannst du auch die Bäume hier oben fällen? Nehmen wir den Melonen hier mit. Unser Sch... Unser... Frotzenhai hat wieder ein Dings abgebaut. Naja, ich hab's gemerkt. Was ist, wenn du jetzt... 20 Euro... 20 Euro, 20 Euro... Wichtig ist, ist alles super. Ne, es ist strax heiß. was Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich habe zwei ich habe zweimal getroffen jetzt einfach nicht abgedreht normalerweise trifft der trete nach zwei treffern ab viel braucht der kleine haifisch nicht mehr da ist er doch also sein arzt los verräterisches los das radios steht ja echt ungünstig das radio ja ich kann mich schon irgendwo hinstellen ich bin runtergefallen werde ich auf die zielgebeutel ist vor allem dass man dass die hunger leisten ist auf die hälfte runter gesicht nervig naja brauchen wir hier noch drei pfeile wir brauchen nicht reichen ja wow dann können wir ja abend gehen ja kopf voll gefunden brauchst du am besten mit der dicken ab oder schrott geht schneller fern 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 Oh lol Das ist ein Grafter ganz schön weit unten Das war knapp Ich glaube das nächste, weil ich jetzt mal craften werde, ist das eine Taucherflasche oder so Oh, das ist ein Oh Das ist ein schönes Kopf rein geworfen Ich schätze das nächste, weil ich jetzt erstmal craften werde, ist das eine Taucherflasche Hier, siehst du diese komische Pflanzen, die so groß sind wie viele Blätter haben Das ist ein Das ist ein Ah, oft nie Oh ich habe ja mit dem hochschwimmen also wie knapp nein da habe ich doch gefressen ich bin lieber im floß überflossen aber halt da wie knapp einfach nur da kann man direkt wieder das merkt mich einmal gebissen weil ich dort guck mal 3 kann nichts weiße muss hier warten mich geschwächt gewisse ich fressen kann ja ich will auch sagen ich würde auch ich sage es war es jetzt weil sie schon schon drei uhr 36 ja gut dann wieder für zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen haut rein bis zur nächsten folge